so hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen rennen hier in rot amerika auf der strecke schon mal gehabt trotzdem schönes wetter und ich bin in den orangen grünen fahrzeug hier mit der nummer 1 und wir kommen hier in der erste kurve mal wieder als letzter unterwegs aber ich werde versuchen wie immer mich nach vorne zu arbeiten so und hier tue ich ein der überholt mich wieder und somit bin ich schon wieder auf dem letzten platz so schön die gerade jetzt hier windschatten werde ich versuchen hier reinzukommen in den windschatten und in die nächste kurve werde ich dann wieder versuchen zu attackieren und genau hier ist es und jetzt verfahre ich mich auch noch unglaublich zwei haben sich auch noch verfahren hier die nämlich die haben den gang nicht reinbekommen egal da bin ich durch und überhol den blauen auch noch drei sind dann weg und jetzt geht es weiter zum nächsten und eine fliegt aus dem rennen sich gerade hier voll aus der strecke raus geflogen und wir kommen in die nächste kurve und jetzt bin ich selbst auf dem gras so und jetzt geht es weiter wird von links überholt überhol selber drei stück und jetzt schleute ich ein bisschen und weiter geht's voll speed hier in der gerade und eine überholt hier schön der blaue und versuche mich gleich hinter dem nächsten zu setzen und und nee den schaffe ich nicht ganz aber ich bin direkt an sein schatten kommen wir nicht dafür bekomme ich den blauen jawohl so leute das sind zwei runden zu fahren leicht durch hier zwei runden zu fahren hier wir kommen auch gleich in die zielgerade zu der zweiten runde letzte kurve vor der zielgerade überholen den führenden und setzt mich somit auf den ersten platz und jetzt versuche ich den ersten platz zu halten bis zum schluss hier ist die ziel linie und die zweite runde hat somit begonnen ich merke die zwei gelben socken wir richtig an der pelle kleben wir richtig am arsch auf gut deutsch gesagt so und weiter geht es hier in die kurve er ist direkt hinter mir er gibt den ersten platz noch nicht auf voll speed direkt hinter mir jetzt versucht er mich zu überholen er schafft es nicht ganz und wir kommen in die kurve und leicht verfahren jetzt versucht er es wieder näher schafft es nicht ich bin immer noch vor ihnen aber er klebt mir richtig an rücken wie man hier sieht und es geht weiter das fahrzeug leute fahrt sich wirklich unglaublich gut sehr stabil in die kurven und kaum habe ich es gesagt und schon fliege ich raus junge 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 mache ich hier fehler manchmal aber das hat nichts mit fahrzeug zu tun sondern mit mein fahr können also ich bin kein so guter fahrer mehr wie man das eigentlich schon weiß aber ich versuche halt mein bestes und jetzt hier voll speed in die gerade jawohl der hat ein bisschen platz verloren hier ein bisschen zeit aber er kommt schon wieder das ist die vorletzte kurve auf dem finish so und jetzt kommen wir in die letzte kurve vor dem finish liebe freunde und der gelbe der fliegt raus der fliegt raus aus der kurve und somit habe ich freie sicht zum ziel gerade und ich bedanke mich bei euch dass ihr dabei wart und zugeschaut habt vielen dank bis nächstes mal und tschüss bis zum nächsten Mal